Mit geposteten Geräten können Sie Gegner beschädigen, außer Gefecht setzen oder ablehnen können. Nein, ich kratze mich jetzt aus keinem besonderen Grund so am Bart. Äh, ja, ich habe auch mitbekommen, dass wenn man keine menschlichen Leute tötet, man Erfolg kriegt. Also werden wir dementsprechend versuchen, keine menschlichen Leute zu töten, damit wir den Erfolg kriegen. Ja. Die Bewegungsmädler ist Ihr bester Freund, nutzen Sie. Nein, meine besten Freundin habe ich gerade verloren. Ich kriege die Unterlippe nicht so gut zum Zittern hin. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Ach, erst 30 Minuten. Schwarzer Bildschirm. Schwarzer Bildschirm. Ja. Ah. 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 So, suchen Sie Hilfe. Oh, bitte. Jetzt nimm mir nicht meinen coolen Anzug. Nimm meinen Anzug. Och, scheiße. Erst darf ich nicht nackt bleiben. Jetzt muss ich den blöden Anzug abgeben. Dummer Dreck. Gut, Anzug abgegeben. Huh, huh, klingt geil. Speichern. Ja. Schönes Ding. Speichert. Morgen. Wo muss ich denn hin? Hallo. Hallo. Okay, okay, okay. Ich sag nicht mal hallo. 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 Ja, ist ja gut. Ich hab aufgehört, hallo zu sagen. Ja, das hab ich bemerkt. Gott? Na. Schnauze, Wall-E. Ich bin mein bester Freund. Dass er nicht mit mir meint. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen. So ein Scheiß. Feuer! Oh, ich kann schwimmen. Was ist das denn? Cool, ich hab ein bionomisches Auge. Ha, cool. Kuckuck. Kuckuck. Okay. Ein Bäuchlein kratzt. Juckt. Ah! Verdammt. Burn! Klettern, ja. Ich kletter hier. Das ist nicht klettern. Das ist kriechen. Einen fielen wie ein Tier. Hä? Warum war das grad dunkel? Warum hab ich das da grad nicht gesehen? Vor allem, wo muss ich lang? Hilfe, Mami. Ich hab keinen Plan, wo ich lang muss. Die geh ich wieder zurück, ne? So, ich bin hier lang. Da kann das Ding lang gerannt. Richtig? Richtig. Geh mir doch einfach mal. Hier kann ich nicht lang. Ah! Geh mir mal hier lang. Stargate öffnen. Haha. Okay, gehen wir mal raus. Ich... So fett bin ich dann auch nicht. Dass ich hier runterknallt und alles auseinanderbricht hier. Scheunerei. Ruhe da hinten. So. Das ist ja eigentlich alles chinesisch. Oh, japanisch. Oh, koreanisch. Asiatisch halt. Nein, ich bin kein Rassist. Das ist ja derzeit die Weltsprache. Guck mal. Guck mal. Extra Treppenstufen für mich. Schnauze da hinten. Gibt's ja wohl nicht. So was hast du ja auch, wenn du im Kino bist, dann die ganzen Leute, dann hast du einen Film da, bist du total in den Filmen und dann hörst du die ganzen Leute in deiner Knuspertüte rumrascheln. Ah! Ja, ist ja gut! Was ist denn hier? Was denn? Das ist das Magistionsrad. Noll, Flair! Ich will sie halt nur platzieren. Spielen wir hier Dingens? Daylight? Ist ja gut, ich vergleiche dich nicht mit Daylight! Ich hab's verstanden! Ganz normal! Wenn ich so austicken muss. Ich hab's schritte gehört. Someone you always know, someone walking, Joe. Okay, ich kann jetzt nicht damit anfangen. Strangers know... Keine Ahnung, was das hier heißen soll. Will be... Empty? Escape? Keine Ahnung. Keep moving. Das hat dann ja WIE! geschrieben. Okay. Gibt's noch einmal, wo ich lang muss? Ich werd's mal mit sprinten. Ich bin hier als der Geduck gelaufen. Na. Das bringt's. Schmeiß einfach die Flair weg! Selten dämiges Mädel. Was haben wir denn hier? Mal gucken, ob ich auch sicher bin. Ist ja gut jetzt! Alkohol! Hör damit! Was haben wir hier? Binnemittel, Supuktane, Impfpistole, Binnemittel. Okay, was auch immer das bringen soll. Sprint in mein Mädchen. Nee, jetzt hab ich nichts mehr. Okay, das haben wir erledigt. Vor allem wirft die Flair weg, weil sie wusste, dass die natürlich jetzt alle geht. Weil ich seh die Flair nicht mehr hier rumfliegen. Ich weiß nicht, was das heißt. You always no working joke. Okay, ich weiß nicht, was das heißt. So echt nett. Gut, gehen wir mal weiter. Klettern. Ach, ich muss hier selber. Hightech. Was haben wir hier? Sprengkapseln. Sprengkapseln. Yay! Jetzt geht's los! Für die Party! Komponente B einsammeln. Was in dieser Box, hä? Eine Katze wahrscheinlich, hä? Cat in the Box. Kennt ihr das? Cat in the Box ist toll. Das lassen wir mal gucken. Ich counter die Musik auf jeden Fall raus. Auf! Ich seh nichts. Schnauze! Ist da wer? Ist hier gar nichts. Ich glaube, ich höre ein Safe Station. Was? Was? Ich kann's nicht lesen. Guck mal, da hat sogar jemand Zeit, blau und pink auszupacken. Seid ihr hier? Ist jemand da blaublütig? Oder ich hab keine Ahnung. Hallo! Ich will nur ein bisschen spielen. Wir speichern mal. Ja. Ich kann die Ahnung nutzen. Geht nicht! Geht nicht! Jetzt aber! Ha, es geht wirklich! Was hab ich jetzt gemacht? Was ist passiert? Tomorrow? No! Together! Together Future! Help! Stop! Es geht hier vielleicht das Licht an, wenn ich jetzt hier lang laufe. Hab ich da hinten gerade was gesehen? Einbildungssache. Okay. Hat nichts gebracht, die Scheiße. Knappchen drücken! Privat! Falls Sie unsere Sachen suchen, ich habe sie woanders hingebracht. Sie haben alles offen liegen gelassen. Da hätte sich jeder bewegen können. Wissen Sie, wie schwer es war, überhaupt an das Zeug zu kommen? Ich habe alles in einer der Lagerräume geversteckt. Sie sollten es finden können. Der Code ist 0340. Keine Panik. Niemand geht mehr runter zum Terminal. Nicht nach dem Vor... Welchen Vorfall? Wir haben außerdem keine Medizin mehr und das Wasser wird knapp. Holen Sie Nachschub. Sie sind an der Reihe. Was? Vielleicht lernen Sie dann in Zukunft besser aufzupassen. Freigeben. Wir hatten eine lange gemeinsame Reise, aber leider ist sie jetzt zu Ende. Sixen Corporation möchte bei dieser Gelegenheit all jenen danken, die im Laufe der Jahre auf Silverpool gearbeitet und gelebt haben. Und hofft, dass Seagorn dazu beigetragen hat, die Situation zu einem besseren Ort zu machen. Ach, Station. Unser Vertrauen und unsere Investition in diese Station schwanken nie. Sie können sich also verlassen, dass Seagorn Apollo Haupt-KI und Hiwi-Androiden... Ach, scheiß doch drauf. Oh! Aris! Turner! Kommen Sie sofort zurück! Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab! Schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Sie müssen wassersicht sein. Ihre Berichte müssen wassersicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Waits. Ende. Wenn das vorbei ist, stellen Sie den Strom zum Abflug wieder her. Boah, der Computer sagt mir, was ich sagen soll. Ah! Ja, auch Menschen. Hätte ich dir jetzt folgen sollen? Ich könnte das nochmal speichern. Macht keinen Sinn. Das ist life for rent. Keeping out. Trust no one. Oh shit. Hübsch. Der ist eine Stadt. Habt ihr bei euch auch in Finnland gespielt? Ihre Heimat. Fernab der Heimat. So, wir sind von hier gerannt, ne? Suchen. Ladungspack. Bindemittel. Wir sind von hier gerannt und das angucken muss. Oh, schön. Naja. Toll, toll. Sehr schön. Okay. Haben wir eine kleine Drohnenführung gemacht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind einmal rumgelaufen. Äh. Da ist noch was. Schrott. Supokutane. Infistole. Leuchtfackel. Die Schweine haben zugemacht. Wilma. Okay. Trommelst du ja gerade wirklich auf den Bauch rum. Okay. Hallo. Ich wollte nur mal gucken wie es so geht. Ist ja gut. Es ist nur die Tür aufgegangen. Das war knapp. Boah. Hehehe. Aktivieren. So hier. Bauplan eingesammelt. Kann ich denn jetzt Bauplan aktivieren? Erstmal öffnen Sie das Menürad über B und wählen Sie einen Gegenstand den Sie bauen möchten. kann man was jetzt gemacht habe ich habe irgendwas gemacht wirklich kein plan apollo hätten cohen smiley leute das versteht total die stimme tomorrow no together future da steht da unten drunter left rot genau ich habe keine ahnung was hier passiert ich habe ein freund und sie nennt sich fackel die fackel ist mein freund sie hält mich sicher vor der dunkelheit die fackel ist ein freund die fackel die fackel das live for singapur Nichts Spiel. Das hätte ich einen Erfolg bekommen für 5000 Mal das hier drücken oder so. Die Illuminaten. Sieht schon geil aus. Hallo. Wir hören uns. Hier. Hier. Komm ran. Ran auf den Meter. Das hast du gehört. Ja. Das hast du gehört. Nein. Mach doch die Scheiße jetzt nicht zu. Lass doch die Scheiße um. Lass doch die Scheiße um. Das ist doch alles nicht dein Ernst. Ich mache es ja alles dunkel hier. Ich mache es nicht, wenn es dunkel ist. Mann. Alles ganz normal. Wir sind an einem Schiff, was sich nicht von der Stelle bewegt. Es ist dunkel. Keiner sagt Hallo. Überall sind Schriften mit Hilfe. Wir werden alle sterben. ein ganz normaler Tag also. Wir werden uns jetzt also hier runter begeben. Und uns ein bisschen umschauen. Kondom. Na wie die kommen. Und alles ganz toll finden. Und ein bisschen Billard spielen. Was ist das denn hier? Leuchtverkehr. Was war das? Oh geil. Die spielen sogar R-Hockey in der Zukunft. Boah. Ist das geil. Oldschool Radio. Oldschool Musik. Und dann noch Luft. Ah okay ey. Oh ja okay. Hossa. Hossa. Hossa Mexikala. Lass uns mal ein bisschen Gas geben jetzt hier. Wir sind ja schließlich keine Pussy. Na. Eigentlich schon. Aber. Ihr wisst was ich meine. Ich sehe nix. Ich sehe nix. Ich sehe nix. Ich sehe nix. Gottverdackt noch mal nix. Ich will da mal rein. Warte mal, haben wir nicht einen fucking Code bekommen eigentlich? 030? Oder irgendwie sowas? Ja. Wo musst du den Code dann eingeben? Ich will jetzt wissen, warum ich den Code eingeben muss. Code, 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 Code. Ha! Mich erwischte nicht. Code, 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 Code. Aber es ist gut, dass du auch wieder zurücklaufen kannst. Das finde ich gut. Meistens Spiel ist dann einfach so, ja. Arschleckenaffe. Bist du durchgelaufen, bis weiter. Kommst dir nicht mehr ran. So. Die Tür ist verstanden. Ich habe den Code vergessen. Tralalalalala. Tralalalalala. Gut vergessen. Cool. Das leuchtet immer noch alles rot. Hä? Alter, wie rot ist das denn hier, bitteschön? 0340. Okay. Tralalalalala. Fackel, du bleibst erstmal hier und checkst die Lage. Okay. Okay, Skyline. Ich hatte alles im Blick. Gutes Ding. Schatz, wie war der Kunde? Nein, Spaß. Ähm. Haha. Ich bin drinnen. Aber warum will ich die rein? Leuchtfackel. Ich habe einen Bruder von dir gefunden. Schön. Okay. Schrott. Ja. Das wird auch jeder haben. Schrott. Ja. Das wird auch jeder haben. Ähm. 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 Dann nehme ich eigentlich schon auf. Ach, schon fast eine Stunde. Mein lieber Scholli. Dann würde ich sagen, ich renne jetzt nochmal zum Türchen zurück. Dann würde ich sagen, ich blende jetzt erstmal die Aufnahmesession. Und äh. Ja. Keine Ahnung, was dann? Ja, habt ihr euch gesagt? Ich renne jetzt rein, ne? Ja. Habt ihr euch so gedacht? Was habt ihr euch so gedacht? Haha. Okay. Dann haben wir aufstehen. Alpollo. Dann ruhig brauner. Dann würde ich erstmal sagen, wir begeben uns zu dieser Tür. Und, ähm... Halt's Maul. Ihr hättet es auch vergessen. Ihr hättet es auch vergessen. Jetzt hättet es in den Kommentaren... Äh, das ist ja voll beteiligt. Jetzt noch nicht von mir da hin. Nö? Ihr hättet es auch vergessen. Die wissen jetzt wahrscheinlich auch nicht, warum ich zurückrenne. Die hätten sie mich auch vergessen. Scheiße da. Speichern. So. Da bedanke ich mich für's Zusehen. Wie immer schröte alles in den Kommentaren. Und ich hoffe, dass es bald ein bisschen spannender wird. Das ist mal ein bisschen in die Ohren. Scheiße. Ähm, ja. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Tschüss. 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 Danke.